Moinsen, ihr Füchse und Füchseinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder zum Brewpub Simulator. Im letzten Part haben wir das erste Schwarzbier gebraut und dann gleich doppelt gemoppelt. Und ja, füllen das mal eben ab. Da gibt es jetzt hier den nächsten Schlauch verbinden. Abfüllen. Das ist der für die Mission. Das ist der Schwarzfuchs V2. Der geht direkt in Versand. So. Was ist jetzt wieder los? Öffnen. Fass rein. Dankeschön. Und schließen. Wunderbar. Mission ist abgeschlossen. Bevor wir jetzt groß weitermachen können, müssen wir jetzt erstmal noch aufräumen. Die Kneipe sauber machen. Ups. Und ja, dann können wir eigentlich in den nächsten Abend starten. Bevor wir das tun, brauen wir nochmal wieder. Ihr kennt das ja. Jetzt wieder immer nur ein Bier nach dem anderen, weil es nichts bringt. Habt ihr ja gesehen. Also zwei Biere auf einmal brauen, macht es nicht schneller. Dann können wir auch weiterhin immer nur eins brauen. Dann haben wir auf jeden Fall immer einen stetigen Bierfassfluss. Und es passiert nicht, dass uns das Bier komplett ausgeht. Und ich nachkaufen muss teuer, ne? Das ist halt schon... Das geht ins Geld, ne? Muss man sagen. So. 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 Wups. Ein paar Gläser sind hier noch, ne? Ich freue mich auf den Geschirrspülapparat. Das wird bestimmt mega angenehm. Alles einfach reinpfeffern und gut ist die Laube, ne? Muss ich nicht mehr selber drum kümmern. Wups. So. Zack. Dann wollen wir noch zwei Gläser gehen hier. Was mich wundert ist, dass die Kneipe nicht komplett sauber ist. Irgendwo muss noch Schmutz sein. Ach, da unter dem Glas war noch Dreck. Alles klar. So. Wunderbar. Wir sind aber immer noch nur bei 97%. Da ist noch ein Dreckfleck. Was ist das, ne? Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf. Ja, ich drücke immer STRG, weil ich dumm bin. Kein Wunder, dass die Kacke nicht finde, ne? Ist okay. So. Kneipe ist sauber. Jetzt brauchen wir noch ein schönes Bierchen. Jetzt können wir ja mal selber anfangen hier mit dem Kram. So. Ja, dann kann ich den Eingabehälter ja wegstellen, weil ich brauche keine zwei. Das ergibt halt einfach keinen Sinn. Oder er schließt sich mir nicht. Und dann wären wir jetzt ein bisschen crazy, würde ich sagen. Also. Wir gehen mal rein in unser Tablet. Suchen uns die Rezepte raus. Nehmen amerikanisches Black Ale. Schokonote. Und machen da noch ein bisschen Kaffee rein, ne? Warum nicht? Chargengröße ist 10 bis 20 Liter. 20 bis 30 Liter. Nehmen wir mal schön hier. Los geht's. Wir dürfen doch noch alles haben dafür. Also. Wir benötigen zunächst wieder. Wir können dem Rezept einfach folgen. 11 Liter Wasser in den Topf. Okay, los. Los. Wunderbar. Das packen wir auch ins Regal, weil lohnt nicht. So. Auf die 11 Liter Wasser. Kommt 2,6 Liter Leuchtermalzextrakt. Ich glaube nur 1,2 Liter. Das ist ja schon mal etwas. Bitte die Schüllung einleiten. 500, 500. 1,2. Ein bisschen brauchen wir noch. Aber wir dürfen auch alles da haben. Ne? So. Achtung. Pass auf. Äh. Da. Ich noch mal Malzextrakt. Sehr schön. So. Wie viel brauchen wir jetzt noch? Hier war nochmal 1 Liter. Und dann auf 2,6, ne? Ja. 1,2,3,4. Gut. Passt. Ist noch drin. 100 Milliliter. Toll. Ähm. Dann. 130 Gramm amerikanisches Schokoladenmalz. Einmal 100. Flupp. Und dann nochmal 30. 1, 2 und 3. Dann. 16 Gramm Magnumhopfen. Da ist er. Bitte die Schüttung einleiten. Einmal 10 und dann 5 und dann 1. Jetzt haben wir da noch 2 Gramm drin. Toll. Jetzt wird 60 Minuten lang gekocht. Köchel, köchel, köchel. Wir färben das gleich schön rot ein. Das ist mir wichtig. So. Ja. Wir können köcheln hier für 60 Minuten. Und am Ende kriegt der noch eine kleine Kaffeenote rein. Ja. Da hau ich mal 20 Gramm Kaffee noch drauf. Fürs gute Gefühl. Ich bin hier die ganze Zeit am Bier braun. Wie so ein Irrer, ne? Und trinke hier kaltes, klares Wasser, ne? Da gehört ja eigentlich ein Bier hier dazu, ne? Aber, jo. Man muss ja auf seine schlanke Linie achten, ne? Das ist ja, wie es ist. So, hier. Gleich haben wir die 60 Minuten voll, Leute. Läuft, 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 läuft. Ich habe ein gutes Gefühl. SRM-Farbe ist bei 29. Wenn wir da erstmal Farbstraub rein kippen, ist eh alles scheißegal. Dann gibt es keine Gesetze mehr. So. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Gib ihm. So. Und aus damit. Dankeschön. Aus, habe ich gesagt. Komm. Eben abkühlen. Geht hier runter auf entspannte 21 Grad. Sehr schön. Wie geht es denn dann weiter? Äh, dann kommt 10 Milliliter Hefe für alle Biere dazu. Hefe, Hefe, Hefe. Bist du die Hefe? Hefe, ja. Zehn, zehn Stück, ne? Schütten wir mal 10 Milliliter rein. Ups. Wunderbar. Wunderbest. Äh, jetzt schütten wir die Mischung in den Gärbehälter. Das machen wir. Rennen damit. Deckel bitte auf. Dann die Schüttung einleiten. Das ist ein bisschen eng hier so direkt am Fenster, aber egal. Muss man auch mal machen. So. Wunderbar. Und zur Abrundung. Hau ich jetzt noch Kaffee rauf. Schütten. Und zwar 20 Gramm, ne. 20 Gramm Kaffee. Und rote Farbe. Endlich mal. Endlich hab ich es mal nicht vergessen. Bums. Fertig. Und jetzt kann gegärt werden. Deckel auf. Fertig. Ein Tag. Wieso dauert das jetzt wieder? Ach, das Zeug braucht zwei Tage. Ich nehm alles zurück, Leute. Das braucht einfach zwei Tage. Wir können doch doppelt produzieren. Ja, nice. Meine Freude ist wieder groß. Äh, dann können wir den ja auf die Seite stellen hier. Wupp. Einfach hinstellen. Äh, da können wir ja doch nochmal. Ja, geilo. Jetzt geht die Doppelproduktion los. Also wunderbar. Gut, hab ich verkackt? Hab ich jetzt verkackt? Es geht ja doch. Mh, dann machen wir das weg. Und machen uns jetzt noch ein ganz entspanntes. Äh, warte, warte, warte. Machen wir uns noch ein Pale Ale. Muss auch noch sein. Amerikanisches Pale Ale. Hin damit. Rezept anpinnen. Und das wieder auf 11 Liter getrimmt. Los geht's. Düdülü. 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 Und auch da gehen wir einfach ein bisschen steil. Ne? Ja, ein bisschen mehr geworden. Gibt's denn noch anderen Farbstoff? Und hab ich den schon. Wir haben auch noch orangene Farbe. Das ist ja gut. Das ist gut. Nehmen wir den auch nochmal. Wird ein bisschen eng hier alles. Aber das wird schon. So. Dann kommt dazu leichter Malzextrakt. 2,5 Liter. Da haben wir hier einmal noch 100 Milliliter. Zack. Dann ist das Ding auch leer. Und dann würde ich sagen, ja, kauf wir nochmal ein bisschen ein, ne? Tablet. Wir brauchen wieder Malzextrakt. Ohne Ende. Vorräte Malzextrakt. Hm. Ja, auch hier rein. Brauchen wir immer, ne? Kakao hab ich irgendwie gar nicht. Der kann auch nochmal rein. Chili kann nochmal her. Warum nicht? Fürs gute Gefühl. Grüne Farbe nehm ich auch mal noch. Jetzt geb ich mir viel zu viel Geld aus. Warte, dann machen wir Chili weg. Und Kakao machen wir auch weg. Aber die grüne Farbe nehm ich noch mit. So. Und ordern. Muss mal ein bisschen sparsamer bleiben. Wir haben schon genug Kram am Start, ne? So. Moin. Hm. Erhalten. So. Okay. Es geht weiter. Wir brauchen weiteren leichten Malzextrakt. Auf geht's. Da kann das ganze Ding rein. Bums, bums, bums. Und weg. So, bei 1,5. Noch mehr Malzextrakt bitte. Dankeschön. Und die Schüttung einleiten. 2,5. Wunderbar. Haben wir. Dann kommt Cascade Hopfen. Nein, ich hab das weggeworfen. Ich vollidiot. Oh, nö. Da war noch was drin. Kann ich das mal wieder rausholen? Nee. Verschissen. Oh, nö. Nee. Fuchs, was machst du denn? Oh, egal. Nützt jetzt auch nix. Cascade Hopfen die 20 Gramm eben. Dann haben wir es weg. Komm. Oh, ich bin ja auch manchmal ein bisschen selten dämlich, ne? Hoff, da war nicht mehr so viel drin. Ich will es gar nicht. Rechne jetzt bitte nicht aus, ja? Bitte nicht nachrechnen. Einfach machen. Oh, war das überhaupt nicht richtig? Ja, doch. Jetzt müssen wir anschalten. Okay, auf geht's. Hade gerade schon ein bisschen Sorgen, dass ich hier Scheiße baue. So, eben zum Kochen bringen. 60 Minuten warten. Ne? Gönnung. Und dann kommt da am Ende ein bisschen, äh, K... Ja, ich hab keinen Kakao. Ich wollte noch Kakao reinpacken eigentlich. Na, dann machen wir Ingwer und Beeren rein. Machen wir Ingwer und Beeren. Warum nicht? Mal ein bisschen steil gehen. Ingwer und Beeren. Oder was hab ich noch gekauft? Ich hab ja auch noch irgendeinen Aroma gekauft, oder nicht? Ah, ne, grüne Farbe hab ich gekauft. Oh, wie? Ingwer und Beeren. Oder mal nur Ingwer noch. Oder Limonen und Ingwer. Machen wir das. Lemon und Ingwer. Oder ich guck mal noch. Vielleicht kaufe ich mir doch noch eben schnell was. Tablet. Ich hätte gerne mal Kakao halt. Aber wir holen uns Kakao. Scheiß drauf. Einmal Kakao. Wie viel Zeit hab ich noch? Noch genug Zeit. Ich hol das eben ab. Das schaffen wir noch. So. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Du, man muss auch mal entspannt Bierchen brauen, ne? In Zukunft wollen wir mal zwei parallel. Dann läuft das. Ja, wobei mit zwei unterschiedlichen Rezepten ist Kacke. Vielleicht machen wir doch nicht zwei parallel. Wir machen, wir lassen immer zwei parallel gehen. Damit wir immer genug Bier am Start haben. Schade. Ich überleg mal. Wir haben gleich zwei weitere Chargen und haben trotzdem noch 113 über. Jetzt kommen wir langsam in den Bereich, wo wir auch was verdienen. Ne? Ne? Jetzt kommen wieder 10 Milliliter Hefe rein für alle Biere, weil es abgekühlt ist. Kaffee und Rot. Und jetzt schmeiß ich rein ein bisschen Citrus. 10 Gramm. Und ich schmeiß rein ein bisschen Ingwer. 10 Gramm. Und wir schmeißen rein grüne Farbe, weil es geil ist. Meine Biere sind alle bunt gefärbt. Habe ich jetzt Bock drauf? Das ist jetzt so. Auch 10 Gramm. Alter, sieht aus wie Slimer. So, und jetzt hier den Deckel auf und schütten. Das kommt bestimmt gut an das Bier, das sag ich euch. Das sieht ja richtig witzig aus. So. Wunderbar. Und Deckel drauf. Zack. Das dauert nämlich nur einen Tag. Alles klar. Also es liegt an der Biersorte. Ich bin ja manchmal ein bisschen schusselig, ne? 13 Liter, 10 Liter, 13 Liter. Also wir haben noch genug Stoff für einen wunderbaren Abend. Ich würde sagen, nicht lang schnacken, Kneipe aufmachen, ne? Los geht's. Ist alles sauber, ist alles bereit. Es kann abgehen. Ab in die nächste Runde. Let's get this party started. Ich bin noch bereit für meine Gäste. Oh, warte, ich habe vergessen, was anzuschreiben. Warte, warte, warte. Äh. Oh nein. Ich bin so dumm. Warte kurz. Moment. Ich muss eben noch anschließen. Und zwar. Den da. Ich bin auch ein bisschen schusselig, ne? Hier noch ein neues Bier auf der Karte, Leute. Ganz kurzfristig. So. Da geht einer und kommt direkt zum Zocken. Was darfst du sein? Die Nummer 1? Gerne, gerne, gerne. Bitte schön. Was möchten Sie denn? Beeren-Note und Citrus-Note? Ja, kann ich wieder so ein Mischmasch machen. Das ist kein Thema. Kriegen wir hin. Also, einmal Citrus. Und einmal ein bisschen Beere. Für den Rest. Bitte schön. Lassen Sie es sich munden. Die Nummer 2. Und es muss ordentlich sein. Ist kein Thema. Hier ist es immer ordentlich. Will ich nichts sagen. Aber ich kümmere mich hier wirklich drum, dass das hier immer top sauber ist, ne? Bitte schön. Was möchten Sie denn? Berry Fox 2? Sehr gerne. Noch ist was im Hause. Oh, nee, warte. Das Glas soll voll sein. Ich will hier kein Mega kriegen. Bei mir sollen die Gäste immer satt sein. Berry Fox 2. Jo, soll es geben. Bitte schön. Und hier? Nummer 1 bitte. Jo, nimm doch mal was Teures, ne? Bei Ihnen? Ein Berry Fox 2. Heute läuft der Berry Fox aber. Da habt ihr Bock drauf, wa? Bock auf den Berry Fox. Bitte schön. Stabiles Outfit übrigens. Ein Citrus Fuchs. Na, endlich mal jemand, der mal was anderes will. Sehr gerne. Ich habe auch was Neues im Angebot. Das ist ein bisschen herber, ein bisschen dunkler, ein bisschen teurer. Aber lohnt sich, wirklich. Gönnt euch mal. Milchnote und Citrusnote. Ja, das wird nix, mein Freund. Ich kann dir Citrus anbieten. So. Ach komm, du kriegst nur Citrus. Ich habe keine Hoffnung, das mit dem teuren Kram zu verwässern. Bitte schön. Nummer 1 bitte. Alles klar. Nützt ja nix. Nummer 1 bitte. Leute, ihr müsst doch mal das teure Zeug nehmen. Mal ernsthaft, ihr könnt doch nicht nur den billigen Kram hier verzehren. So, das machen wir sauber. So, immer jemand mit irgendeinem Bier. Berry Fox 2 für mich. Alles klar. Andere Kram wird langsam schlecht, ne? Wir erst mal irgendwie Müller vom Boden aufsammeln. Dann einmal den hier. Wupp, wupp. Und den hier. Da wischen wir einmal kurz. Und sammeln, sammeln. Nö, nö, nö. Wischen. Und sammeln, sammeln. Und wischen. Unsere Kneipe soll schöner werden, ne? So, warte. Ich muss eben hier... Oh, nein. Oh, das ist nicht kaputt gegangen. Glück gehabt. Geht sofort los, meine Lieben. So. Was darf's für sie sein? Sie möchten die Nummer 1. Okay. Bitteschön. Da ist ein bisschen was daneben geklötert, hab ich das Gefühl. Das war so keine Absicht. Was darf's bei Ihnen denn sein? Citrus Fuchsi. Sehr gerne. Warte. Nämlich eins der dreckigen Gläser. Macht die eben frisch für sie sauber. Das haben sie sonst bei keiner Kneipe, ne? Also hier wird wirklich... Ich mach den Lippenstift eben vom Vorgänger ab. Und dann läuft die Kiste. So. Nächster. Was darf's bei Ihnen sein? Nummer 2, bitte. Niemand will das Teure. Ich glaub, ich muss ein bisschen billiger machen. Bin zu hochpreisig. Kann ich da rumdrehen? Ähm. Ne, kann ich nicht mehr. Irgendein Bier. Ja. Da bin ich doch gerne dabei. Irgendein Bier klingt gut. Dann nehmen Sie mal das Gute hier. Gucken Sie mal die Farbe an. Oh. Warte. Ich mach ihn dann auch ganz voll. Bitte schön. Das wird lecker. Da gibt's sogar Trinkgeld. 2 Dollar. Oh, das Bier schon so teuer ist. Was darf's bei Ihnen denn sein? Citrus Fuchsi. Jawohl. Neher. Du Bier. Abgehen, oder? Wahnsinn. Äh. Bei Ihnen. Ein Barry Fox 2. Sofort. Machen wir ihn. Bitte schön. Dann da. Nummer 2. Ja. Ein Citrus Fuchsi, ne? Sehr gerne. Bisschen am rumrotieren wie so ein Irrer. So. Was wollen Sie denn? Nummer 1 bitte. Das geht sofort los. Die 1. Die 1. Hupsala. Und Sie geben Sie mir einfach irgendein Bier. Jawollo. Das kriegen wir hin. Irgendein Bier. Das wird immer das teure jetzt werden. Jupsala. Er hat nicht gesagt, dass es billig sein soll. Einfach nur irgendeins. Wischen. Äh. Was darf's bei Ihnen denn sein? Irgendein Bier. Das wird nochmal ein gutes, ein teures, ein leckeres. Ist ganz frisch auf der Karte. Ist noch nicht so beliebt. Aber glauben Sie mir, das wird. Das ist wie die Bohnen bei Ocarina of Time. Irgendwann holt sie alle ab. So. Was darf's denn bei Ihnen sein? Irgendein Bier. Na endlich mal jemand mit ihr Schmack. Das ist richtig malzig, schokoladig, köstlich. Bitteschön. Oh, ich hab hier ein bisschen geklötert. Kein Thema. Kriegen wir hin. Das machen wir sauber. So. Was darf's bei Ihnen denn sein? Die Nummer 2. Jawoll. Bitteschön. Oh, ein Achievement. 250 Biere haben wir jetzt schon ausgeschenkt. Wahnsinn. Irgendein Bier, das höre ich am liebsten. Da nehme ich nämlich immer das Teure. Das ist mein kleiner Geheimtrick. Bitteschön. Oh, der kommt rein. So, was darf's bei Ihnen sein? Barry Fox 2. Jawoll. Noch habe ich. Sehr beliebt aktuell. Sehr, sehr beliebt. Bisch das mal eben hier sauber. Hier auch. Was gibt's denn bei Ihnen? Äh, ein Schwarzfuchs. Sehr gerne. Dunkel wie die Nacht. Durchstreift der selbige. Das ist so. So, dann einmal gucken nach Dreck. Hier einmal wischen. Den Müll aufsammeln. Geben Sie mal her hier. Äh, okay. Hier haben wir einmal Dreck und ein Glas. Dreck und ein Glas. Ich sammle mal eben die dreckigen Gläser ein, ne? Ihr müsst ja hier nicht. Muss ja nicht sein. So. Okay, die nächste Runde an Gästen wartet schon wieder. Ich bin sofort für Sie da. Einen Moment. Eben hier den Proviant abladen. Was wollen Sie denn? Die Nummer 1? Ganz gerne. Das Glas ist sogar noch warm von Ihrem Vorgänger. Das ist richtig cool. So, meine Lieben. Ihr hört ihn krähen, ne? Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir servieren jetzt hier einem Gast noch. Wobei, wir machen eben noch die 15 Sekunden, bis hier Schluss ist. Was wollen Sie denn? Die Nummer 3? Sehr gerne. Das höre ich doch sehr gerne. So. Wobei, ich würde doch sagen, wir machen eben kurz einen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken, Leute. Tschüss, euer Blaufuchs. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken.